Ich habe das Gefühl, dass Effie Bries der wohl unbeliebteste Klassiker, zumindest der deutschsprachigen Literatur, ist. Ich wurde damit nicht in der Schulzeit gequält, konnte mich also ganz unvoreingenommen an die Lektüre machen und werde euch heute berichten, wie es mir gefiel. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um Effie Bries von Theodor Fontane. Dieser Gesellschaftsroman erschien 1896 und handelt von Effie Bries, die mit 17 Jahren an den 21 Jahre älteren Baron von Instetten verheiratet wird, der ursprünglich mal der Verehrer ihrer Mutter war. Die hat sich allerdings für jemand anders entschieden und nun bekommt er die Tochter. Die beiden ziehen nach der Hochzeit in die kleine Provinzstadt Kessin in Ostdeutschland und Effie Bries fällt relativ schnell die Decke auf den Kopf, denn in diesem kleinen Ort gibt es wenig Zerstreuung und Unterhaltung, es ist eben keine große Stadt. Und darüber hinaus leben dort auch keinerlei gleichaltrige Personen ihres Standes, mit denen sie sich regelmäßig treffen könnte. Effie langweilt sich und fühlt sich in ihrem neuen Zuhause nicht wohl. Sie vermisst ihr Elternhaus. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass das Haus, das die beiden Eheleute bezogen haben, sehr klein ist und auch nur halb bewohnt wird. Es gibt einen großen Tanzsaal über den Räumlichkeiten der Eheleute, der weder genutzt noch instand gehalten wird, sodass sich Effie auch so ein bisschen gruselt in ihrer neuen Umgebung. Für all diese Empfindungen hat ihr deutlich älterer Ehemann, aber leider gar kein Verständnis. Er behandelt sie so ein bisschen oberlehrerhaft von oben herab, macht sich lustig über sie. Und so ist Effie Bries recht empfänglich für die Flirt- und Annäherungsversuche des Majors von Krampas, der noch älter ist als ihr Ehemann, allerdings vom Charakter her deutlich unterhaltsamer und zugänglicher. Sie verbringt immer mehr Zeit mit diesem Major und so ist das ein Ehebruchroman, der sich auf die Umstände fokussiert, die dazu geführt haben und beleuchtet, welche Konsequenzen das für Effie Bries hat, wie ihre Eltern, aber auch ihr Ehemann und der Rest der Gesellschaft, ihrer Bekannten darauf reagiert. Und ich habe bereits den einen oder anderen Ehebruchroman dieser Art gelesen. Da wäre zum Beispiel Anna Karenina von Leo Tolstoi sowie Madame Bovary von Gustave Flaubert, das bereits 40 Jahre vor Effie Bries erschien. Und so kam ich nicht ganz umhin, diese Romane miteinander zu vergleichen. Und von allen drei hat mir Effie Bries tatsächlich am wenigsten gefallen. Und das lag hauptsächlich an dem geringen Unterhaltungswert dieses Buches. Wir haben hier einen sehr neutralen und distanzierten Erzähler. Das ist auch sicherlich volle Absicht. Und wir haben den besonderen Fall, dass Theodor Fontane seine Aufmerksamkeit nicht auf Handlungselemente legt, sondern vorwiegend Gespräche ausbreitet sowie Dinge beschreibt. Er ist also wirklich jemand, der sehr viel erzählt und beschreibt und weniger zeigt. Man arbeitete sich also durch Kapitel, in denen nichts wirklich passiert, in der eher beschrieben wird, wie die beiden frühstücken, worüber sie sich unterhalten, inwiefern diese Kommunikation funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann kommt es zu einer spannenden Szene, die wirklich nur einen Satz bekommt zum Beispiel. Also das ist die Art und Weise, wie Effie Bries erzählt wird. Und das ist sicherlich Geschmackssache. Theodor Fontane wird dabei auch niemals konkret. Es werden immer nur vage Andeutungen dessen gemacht, was dort womöglich passiert ist. Man muss sehr viel hineininterpretieren, was einem natürlich auch nur möglich ist, wenn man sich mit diesen gesellschaftlichen Gepflogenheiten zur damaligen Zeit schon ein bisschen beschäftigt hat oder eine entsprechende Interpretationshilfe zur Hand hat. Sonst würde man gewisse Dinge einfach überlesen und gar nicht begreifen, was die Tragweite dessen ist, was dort passiert. Auch das, wenn ich das vergleiche mit Madame Bovary und Anna Karenina, war für mich etwas schwierig. Und ich habe es auch nicht verstanden. Man kann es eben nicht damit begründen, dass das Erscheinungsjahr so weit in der Vergangenheit liegt, weil, wie gesagt, 40 Jahre zuvor Madame Bovary erschien, das sehr, sehr konkret schreibt, was hier gerade passiert und dadurch wirkt eine Madame Bovary deutlich moderner als dieses Werk. Und so fand ich Effie Bries im Vergleich zu den beiden anderen Romanen deutlich langweiliger und weniger unterhaltsam. Mir ist es auch in der Leserunde aufgefallen. Also ich habe dieses Buch nicht alleine gelesen, sondern ich habe online eine Leserunde organisiert mit vielen Mitlesenden. Und auch da ist aufgefallen, dass nicht alle, die entsprechende Szene so gewertet oder interpretiert haben, dass dort tatsächlich der Ehebruch stattgefunden hat. Es ist einfach komplett vage. Und selbst wenn man zurückblättert und sich die Szene erneut durchliest, man muss sich schon wirklich stark auf die Interpretationsebene begeben, um einen Ehebruch daraus lesen zu können. Man erfährt das maximal über den Konflikt, den Effie in ihren Gedanken ausmacht. Und das ist sicherlich ein Stilmittel, das Geschmackssache ist. Ich hatte auch viele in der Leserunde, die das großartig finden, dass es eben so unkonkret und vage ist, dass man eben sehr, sehr stark interpretieren muss. Durch die Reaktion des Umfelds, durch die Gedanken, die sich Effie Bries macht, erfährt man dann erst, was vielleicht tatsächlich passiert ist, ohne sich da ganz sicher sein zu können. Das kann natürlich auch Spaß machen. Mir persönlich kam es so vor, als wäre da viel Potenzial verschenkt worden, auch wenn ich weiß, dass es aus voller Absicht passiert ist und Theodor Fontane eben genau diesen Stil gewählt hat. Was ich hingegen mochte, war die distanzierte und völlig urteilsfreie Erzählart. Also der Erzähler wird nie parteiisch oder bewertet. Das Verhalten der agierenden Personen. Es ist sehr, sehr viel Moralität natürlich in dieser Geschichte. Es wird ganz häufig thematisiert, dass Männer in dieser Gesellschaft ohne große Konsequenzen untreu sein können, während das bei Frauen, sobald es rauskommt, den sozialen Tod bedeutet. Das heißt, eine Ächtung, dass sie sich mehr oder weniger zu Hause einschließen müssen, dass es auch sein kann, dass die Eltern sie verstoßen, weil dann auch das Elternhaus nicht mehr von anderen betreten werden kann, wenn dort diese Tochter residiert. Und das zeigt zum einen die Doppelmoral dieser Gesellschaft sehr deutlich, als auch die Tragweite und die Konsequenz einer solchen Untreue, also dieser soziale Tod und was das für Einschränkungen für Personen dieses Standes bedeutet. Ephibriest könnte auch nie arbeiten gehen. Sie hat ja nichts gelernt. Das heißt, sie ist eigentlich darauf angewiesen, auf ihrem gesellschaftlichen Stand zu verweilen und kann das aber ohne einen Ehemann und ohne die Unterstützung der Eltern gar nicht. Und so sind die Zukunftsaussichten für eine solche Frau in dieser Gesellschaft und zu dieser Zeit wirklich schlecht. Und auch der Ehemann hat wenig Spielraum, wenn es um seine Reaktion auf diesen Ehebruch geht. Da gibt es auch ganz, ganz harte gesellschaftliche Gesetze, die einzuhalten sind, denen er Folge leisten muss, ob er das nun möchte oder nicht. Ganz einfach, weil jeder das erwartet oder von ihm verlangt. Und so zeigt sich in diesem Buch dieses extrem enge Verständnis von korrektem oder richtigen Verhalten, dem jeder Folge zu leisten hat, ob er es nun möchte oder nicht. Und wie wenig frei diese Gesellschaft war, obwohl sie ja alle sehr viel Geld hatten. Das ist ja hier eher so der Adelsstand. Und die Leute haben eigentlich ein sehr gemütliches Leben, aber nur, wenn sie sich im Rahmen dieser Gesetze bewegen, die äußerst strikt sind in Bezug auf das, was jemand darf oder nicht darf und wie die Gesellschaft auf einen Fehltritt reagiert. Und da hat mir sehr gut gefallen, wie Theodor Fontana am Ende des Buches alle Beteiligten nochmal reflektieren lässt über das, was geschehen ist und all das, was es an Konsequenzen mit sich gebracht hat. Und man da schon so ein bisschen spürt, dass auch die zweifeln, ob ihre Reaktionen wirklich angemessen waren auf das, was da geschehen ist oder nicht. Sie aber relativ schnell merken, dass das nirgendwo hinführt, dass sie die Gesetze auch nicht ändern können, dass sie sich fügen müssen in dieses gesellschaftliche Konstrukt, in dem sie leben und dass jeder weitere Gedanke über diese Grenzen hinaus eigentlich nur unglücklich macht. Und so hat es trotz des neutralen und distanzierten Erzählers schon eine gewisse Gesellschaftskritik. Zumindest lese ich das daraus. Effibriest war oder gilt als der Klassiker, der den deutschen Gesellschaftsroman ermöglicht hat oder für dessen Geburt gesorgt hat. Hier drin kommt auch der Name Buddenbrook vor und es wird darüber gesprochen, dass Thomas Mann anschließend aus Effibriest die Inspiration für die Buddenbrooks nahm. Ich habe über den übrigens auch ein einzelnes Video abgedreht, das ich euch ganz gerne nochmal verlinke. Also falls ihr auch die Buddenbrooks von Thomas Mann noch irgendwie auf der Leseliste habt und nicht wisst, ob sich das lohnt, könnt ihr euch auch sehr gerne meine spoilerfreie Meinung dazu mal anhören. Ich bin nach der Lektüre von Effibriest jedenfalls nicht unbedingt begeistert. Das wird sicherlich nicht mein liebster Klassiker sein, auch nicht in diesem Subgenre der Gesellschaftsromane mit Ehebruchthematik. Ich werde ihn trotzdem behalten. Ich habe das Ganze ja in so einem Schuber mit anderen Romanen, unter anderem eben Anna Karenina und Madame Bovary. Das heißt, thematisch passt das Buch gut da rein, aber es hat mir von allen dreien eben am wenigsten gut gefallen. Ich werde trotzdem noch ein weiteres Buch von Theodor Fontane lesen. Ich habe mir Irrungen und Wirrungen vorgenommen, von dem habe ich bisher nur sehr viel Gutes gehört und werde danach entscheiden, ob Theodor Fontane ein Autor ist, von dem ich das gesamte Werk etwas intensiver belesen möchte oder ob seine Schreibweise nicht so gut zu meinem Lesegeschmack passt. Ich kann aber sagen, dass sich die Leserunde mit euch gemeinsam für mich zumindest gelohnt hat. Es gab einen schönen Austausch, es gab sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Buch. Auch hier hat man recht schnell gemerkt, dass Theodor Fontane mit seiner Schreibweise nicht jeden begeistern kann und ich bin mir demnach auch sicher, dass nicht alle Teilnehmenden der Leserunde das Buch mit mir gemeinsam beendet haben, sondern dass es da den einen oder anderen Abbruch gab. Falls ihr mitgemacht habt, lasst mir doch gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr es beendet oder abgebrochen habt und wie euer finales Fazit ausfällt. Und damit hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, hier an dem, wann ihr es schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017